Heute geht es um SVG-Animationen im Web. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um SVG-Animationen. Wir haben in der Vergangenheit ja schon öfter etwas mit SVG-Animationen gemacht. Wir haben uns ein Online-Tool angeguckt, womit wir SVGs animieren können. Wir haben so SVGs animiert. Also wir haben schon eine Menge gemacht. Heute geht es um eine dritte Möglichkeit. Und zwar werden wir heute in diesem Video ein SVG erstellen, also konzipieren. Und wir werden es mit After Effects animieren. Das heißt, das wird heute der Part dieses Videos sein. Nächste Woche geht es dann weiter mit Part 2 dieses Videos. Und zwar werden wir dann gucken, wie wir unsere SVG-Datei im Prinzip, die wir dann haben, auf unseren Server legen und dort ja im Prinzip nutzen und verändern können, wie wir so Lust und Laune haben. Und das Ganze ist ziemlich cool, weil das ist SVG-Animiert. Wir haben trotzdem die Vorteile von After Effects. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, etwas zu animieren. Es ist relativ leicht, damit etwas zu animieren. Und das werden wir uns heute ansehen. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt, wie immer, unten in der Videobeschreibung, ganz oben ist ein Link zu Discord. Klickt drauf, kommt vorbei. Wir gehen mittlerweile immer dichter an die 1000 dran. Und wenn ihr Fragen habt, findet ihr dort Hilfe, ihr findet dort Antworten. Oder ihr könnt selbst einfach Leuten helfen, wenn ihr Lust dazu habt. Ansonsten geht es jetzt los. Viel Spaß. So und los geht es mit dem heutigen Video. Wie ihr seht, haben wir hier so einen kleinen lustigen Geist, der ein bisschen rumschwebt, durch die Gegend guckt. Und genau das werden wir heute bauen und animieren. Was heißt, wir werden heute noch keine Vektorgrafik erstellen und wir werden heute auch noch keine webfähige Vektorgrafik-Animationen erstellen oder so etwas. Das kommt alles im nächsten Video. Heute geht es ausschließlich darum, wie bereite ich meine Illustrator-Datei so vor, dass ich damit in Aft-Effekts arbeiten kann und wie kann ich eine Vektorgrafik in Aft-Effekts bearbeiten, ohne den Vorteil als Vektorgrafik zu verlieren. Diese beiden Punkte werden wir heute, werden uns heute beschäftigen, mehr oder weniger. Und als exemplarisches Beispiel gucken wir uns jetzt mal an, wie man so einen Geist in Illustrator baut. Los geht's. So und los geht's mit der Erstellung unseres kleinen Geistes. Grundsätzlich muss man sagen, eine Form für Aft-Effekts vorzubereiten ist relativ einfach. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich einfach eine Fläche genommen, in meinem Fall 1000 auf 1000 Pixel. Das könnt ihr natürlich komplett frei bestimmen, wie groß ihr das machen wollt. Ich habe meistens einfach diese Größe, dass falls man damit noch irgendwas anderes machen möchte, dass man ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten hat. Grundsätzlich habe ich hier nur einen Hintergrund eingefügt, habe dem eine schwarze Farbe gegeben und habe ein Schloss hier vorgesetzt, was heißt diese Ebene gesperrt. Das dient im Prinzip nur, dass wir später unseren Geist sehen. Wenn man diese Ebene ausplanen würde, hätten wir hier eine weiße Fläche. Darauf einen weißen Geist zu erstellen, ist eher nicht so gut. Diese Fläche löschen wir aber, bevor wir im Prinzip unsere Aft-Effekts-Datei abspeichern, äh, unsere Illustrator-Datei abspeichern. Der erste wichtige Punkt ist, wenn wir unsere Illustrator-Datei für Aft-Effekts vorbereiten, brauchen wir verschiedene Ebenen. Und zwar brauchen wir eine Ebene für jede einzelne Fläche oder Form, die wir später animieren möchten. In unserem Fall bedeutet das, wir brauchen drei Ebenen. Das könnte ich hier unten mit diesem kleinen Icon machen, neben dem Mülleimer. Einfach im Prinzip neue Ebene erstellen. Unsere unterste Ebene ist Schatten. Das heißt, dazu sagen wir auch direkt Schatten. Da kommt später der Schatten rein, der unter dem Geist schwebt. Die zweite Ebene ist unser Geist. Und die dritte Ebene sind unsere Augen. Das heißt, alle drei Flächen, die sich später animieren, befinden sich jetzt in eigenen Ebenen. Und das hat einen sehr wichtigen Grund, den ihr gleich in Aft-Effekts auch noch sehen werdet. Allerdings, wie gesagt, eine der wichtigsten Regeln, alles benennen in Illustrator. Wenn ihr später sehr aufwendige Animationen habt, beispielsweise deutlich aufwendiger als das, was ich gerade mit dem kleinen Geist mache, dann habt ihr hier leicht mal zwei, 20, 30, 40 Ebenen oder so etwas. Und dann wird das Ganze ganz schön unübersichtlich später in Aft-Effekts, wenn dann zum Beispiel auch noch zusätzliche Form-Layers oder Effekt-Layers oder so dazukommen. Grundsätzlich brauchen wir als erstes unseren Geist. Also ohne können wir nichts machen. Und ich habe hier, könnt ihr auf dieser Schaltfläche einen Raster einblenden und für alle, die es nicht haben, über Ansicht und am Raster ausrichten, richtet sich also alles im Prinzip, was ihr macht, an diesem Raster im Hintergrund aus. Als erstes drücken wir jetzt P oder klickt hier oben auf das Zeichenstift-Werkzeug, zooms ein bisschen ran, drückt hier einfach irgendwo rein. Ihr merkt schon, dass, wenn ihr am Raster ausrichten habt, das Ganze sich so ein bisschen festgestellt bewegt. Und wir können jetzt hier einfach uns eine kleine Form ziehen, indem wir einfach dem Raster folgen und uns, wie es in dem aussieht, so ein kleines, ja so ein kleines, wie so ein kleines, ja sieht ein bisschen aus, als wenn Honig runter tropft irgendwie. Auf jeden Fall ziehen wir uns damit im Prinzip jetzt einfach nur den unteren Teil von unserem Geist. Das ist jetzt unser unterer Teil von unserem Geist. Und wir können damit jetzt weitermachen, indem wir jetzt sagen, wir wollen eine Ellipse zeichnen. Das drücken wir hier auf diese kleine Fläche. Bei manchen von euch wird wahrscheinlich das ein Rechteck sein. Wenn ihr das gedruckt haltet, könnt ihr hier im Prinzip zwischen M und L, also Rechteck-Werkzeug oder Ellipsen-Werkzeug wechseln. Wir wollen jetzt eine Ellipse zeichnen. Ihr geht mit eurem Cursor dann circa in die Nähe von der oberen Ecke. Und dann sagt ihr einfach nur, okay, ich möchte das jetzt größer ziehen. Halte die Umschalt-Taste gedrückt, damit das ein perfester Kreis wird. Und zieht das so lange rüber, bis es auf der anderen Seite eure Form wieder trifft. Jetzt müssen wir nur noch die Eckpunkte hier mit den Eckpunkten unserer unteren Form verbinden. Markieren beide Formen und drücken hier auf den Pathfinder-Formen vereinen. Jetzt haben wir eine große Form, das ist jetzt unser Geist. Den können wir jetzt, indem wir den ein bisschen hochziehen und Steuerung gedrückt halten, können wir den jetzt hier oben anfassen und dann Alt- und Umschalt gedrückt halten. Dann können wir den in der Größe skalieren, ohne dass wir ihn irgendwie verzerren oder komisch verformen. Das ist jetzt erstmal unser kleiner Geist. Den sollten wir jetzt natürlich noch weiß färben, wobei ich will ihn nicht ganz weiß färben, sondern so einen leichten Grauton, damit später unsere Augen ein bisschen besser werden. Das nächste ist, wir haben unsere Form hier oben gerade in Augen erstellt. Das nennen wir jetzt Körper und ziehen das unten in unseren Geist rein. Das heißt, das ist ja unser Geist, deswegen sollte es auch in der Ebene Geist liegen. Das nächste, was wir machen, ist noch eine Ellipse. Die ziehen wir direkt unter dem Geist. Diese färben wir allerdings direkt tiefschwarz und nennen das Ganze Schatten. Und das ist auch schon alles, was wir zu unserem Schatten machen. Und zwar haben wir jetzt einfach hier drunter eine Ellipse, die wir später größer und kleiner skalieren können, unter dem Geist. Und jetzt zoomen wir ein bisschen ran, um unserem Geist noch ein kleines Gesicht zu geben. Und zwar als erstes sagen wir, okay, wir machen jetzt mal ein großes Auge. Dieses große Auge bekommt jetzt die Farbe weiß. Und damit können wir jetzt hier rauf gehen, wobei unser Auge hier unten drin liegt. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass unser Auge hier oben in Augen liest. Und sagen jetzt hier auch, das ist unser Auge. So, das ist unser erstes Auge. Wenn wir das jetzt mit STRG-C kopieren und mit STRG-B einfügen, dann fügt sich die Fläche exakt über der Fläche ein, die wir kopiert haben. Und können jetzt mit Umschalt und Alt das Ganze kleinziehen und sagen jetzt hier, unsere Fläche ist schwarz. Und ziehen das da drüber, damit wir auch unser Auge sehen im Prinzip. Das heißt, wir haben jetzt hier ein großes Auge mit einer Pupille und können jetzt das Ganze markieren mit STRG-G und sagen jetzt hier Auge, damit wir das Ganze gruppiert haben. StrG-C, STRG-V und haben hier ein zweites Auge. Wobei wir dürfen das gar nicht gruppieren, das war mein Fehler, sondern wir müssen das hier oben einzeln haben. Was heißt, wir haben jetzt zwei Augen und unsere beiden Augen hier unten, also die Hintergründe, die weißen, die müssen in unserem Geistkörper liegen, weil wir später ja diese beiden Flächen hier bewegen wollen, indem wir einfach so links und rechts später animieren. Das Einzige, was jetzt unserem Geist noch fehlt, ist ein kleiner Mund. Und dazu ziehen wir einfach mit unserem Paar's Werkzeug wieder eine Linie. Diese Linie ziehen wir ebenfalls unten in den Geist rein. Diese Kontur machen wir ein bisschen dicker, drücken direkt hier auf Kontur, sagen, es soll abgerundete Ecken haben, gehen jetzt auf Objekt, umwandeln, sagen hier Fläche und Kontur, drücken OK. Und jetzt haben wir hier keine Linie mehr, sondern eine komplette Form. Was heißt, wir haben jetzt unseren Geist, wir haben alles soweit fertig und ganz wichtig hier am Rand, das sage ich jetzt noch ins Mund, was heißt, wir haben einmal eine Ebene mit unseren beiden Augen, damit wir diese später markieren können und die nach links und rechts bewegen. Dann haben wir hier unseren Geist mit den beiden Augen, ja, den weißen Flächen hinter den Augen im Prinzip, unserem Mund und dem Geistkörper. Und wir könnten jetzt natürlich noch hier an der Seite so zwei kleine Ärmchen dran machen. Das spare ich mir jetzt für dieses Tutorial. Das würde genauso funktionieren. Das heißt, ihr könnt wieder euren Paar's Werkzeug nehmen, könnt euch hier irgendwie eine lustige kleine Form skalieren, dann beispielsweise sowas in diese Richtung und könnte man das hier dran setzen. Wieder mit dem Hintergrund, wieder mit Paar's Feinder zu einer Form machen und so weiter. Das heißt, wichtig ist eigentlich nur für euch, es muss alles als eigene Ebene abgespeichert sein und möglichst gut beschriftet. Das sind eigentlich die beiden Grundsätze, um damit in AfD-Facts arbeiten zu können. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist, das hier lösche ich raus. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Speichere das Ganze ab, sage das unter Desktop, nenne das Ganze Geist und speichere es einfach ab. Hier könnt ihr einfach Illustrator CC nehmen. Allerdings könnt ihr alles so lassen, wie es ist. Drückt OK. Und damit ist der erste Part geschafft. Und weiter geht es mit AfD-Facts. So, in AfD-Facts erstellen wir uns jetzt ein neues Projekt. Und dieses Projekt speichern wir auch direkt ab. Und zwar speichern unter und sagen hier ebenfalls wieder auf Desktop unter Geist. Dazu erstellen wir uns eine neue Komposition. Diese Komposition, sage ich jetzt einfach, ist 1000 Pixel hoch, 1000 Pixel weit. Ihr könnt hier sagen, dass ihr das Seitenverhältnis verändern möchtet. Außerdem sagen wir, das Ganze ist eine Sekunde länger, soll das nicht sein. Und wir haben 60 Frames. Also, weil die meisten Monitore 60 Frames unterstützen, sollten wir hier auch 60 Frames nutzen. Das Ganze nennen wir ebenfalls einfach Geist. Und haben jetzt hier unsere Fläche. Das nächste, was wir machen, ist, wir gehen hier oben auf Datei, gehen auf Import, Datei, wählen hier unseren Geist aus. Und sagen hier, wir wollen Footage importieren, drücken auf OK. Sagen hier, auf allen Ebenen reduzieren wollen wir nicht. Sondern wir wollen jetzt erstmal die Augen importieren und haben jetzt hier unsere Augen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in einem Stück machen. Ich empfehle es prinzipiell eher einzeln zu machen, weil man dann doch meistens ein paar Ebenen rauslöschen kann. Jetzt habe ich Geist importiert. Das nächste, was wir jetzt noch brauchen, ist unser letztes Schatten. So, wir haben jetzt hier unsere drei Formen im Prinzip. Und wie gesagt, ich empfehle es immer, das grundsätzlich einzeln zu machen, weil man so einen besseren Überblick behält. Und im Nachhinein sowieso ja alles wieder zusammenbauen muss. Und sonst hat man hier ziemlich schnell, wenn das komplexe Animationen sind, 100 Sachen drin, die man vielleicht noch gar nicht auf einen Rutsch braucht, sondern man arbeitet sich da meistens so Stück für Stück ran. In unserem Fall ziehe ich jetzt einfach unseren Geist hier in die Mitte unserer Fläche. Ihr seht schon, der ist hier so ein bisschen gräulich. Dann sage ich, wir wollen die Augen unseres Geistes, die ziehe ich hier oben hin, dass sie halt auch beim Geist irgendwo in der Mitte sitzen. Und das nächste ist, wir ziehen unseren Schatten, den ziehen wir noch so ein bisschen drunter und haben jetzt hier unsere drei Objekte eigentlich reingezogen. Die können wir jetzt noch in der Mitte ausrichten. Und damit können wir jetzt arbeiten. Und zwar als erstes müssen wir dafür sorgen, dass das hier keine AI-Dateien mehr sind. Weil in dem Moment, wo ihr hier AI-Dateien verwendet, habt ihr keine Vektorgrafik mehr. Was heißt, diese Grafiken hier sind, wenn ihr die später exportieren solltet, zum Beispiel auch mit dem Plugin, das wir nutzen werden, sind das keine Vektorgrafik mehr, sondern sie werden als PNGs gerendert. Was heißt, ihr solltet am Anfang alle eure Flächen markieren, dann rechte Maustaste drücken, hier oben bei Erstellen und Formen aus Vektorebene erstellen. Das Ganze drücken wir jetzt und können unsere drei AI-Elemente wieder rauslöschen und haben hier jetzt drei neue Form-Ebenen. Was heißt, wenn ich hier zum Beispiel draufklicke, seht ihr schon, ihr habt kein Bild mehr oder etwas, sondern ihr habt wieder Linien, dass wenn ihr halt ranscrollt, ist das trotzdem noch, in Klammern hier oben seht ihr, das pixelig. Das liegt einfach daran, dass After Effects pixelbasiert ist, also wir haben ja einen Canvas, der gerade 1000 auf 1000 Pixel groß ist. Für unser Plugin, das wir später aber nutzen werden, spielt das keine Rolle und wir können es da wunderbar verwenden. Grundsätzlich können wir jetzt zu den einzelnen Elementen kommen und zwar haben wir jetzt hier unseren Geist. Unser Geist soll jetzt als erstes mal mit den Augen zusammen verschmelzen, weil wir wollen später unseren Geist so hoch und runter schweben lassen und die Augen einzeln bewegen. Das könnten wir natürlich auf einer Ebene tun, ist aber relativ aufwendig, weil so die Augen nicht nur links und rechts sich bewegen, sondern auch hoch und runter gleichzeitig mit dem Geist. Um das zu vereinfachen, sagen wir, das ganze Objekt hier bewegt sich, markieren also beide Flächen, einmal unseren Körper und einmal unsere Augen, drücken wieder rechte Maustaste und sagen Unterkomposition erstellen und sagen hier Geist. Das hier ist unser Schatten, das können wir jetzt theoretisch auch noch umbenennen und sagen das zu Schatten, damit wir ganz genau wissen, was los ist und können jetzt hier drin, wenn wir ein Doppelklick drauf machen, öffnet sich hier ein neues Fenster. Wir können also hin und her switchen und sehen hier nur noch den Geist. Hier wählen wir jetzt unsere Augen aus, diese sollten wir ebenfalls umbenennen und zu Augen sagen und hier unten benennen wir das um zu Körper, damit wir das Ganze leicht animieren können. In unserem Fall wollen wir jetzt die Augen animieren, dazu drücke ich P, damit können wir direkt das Positionsattribut angucken oder ihr könnt hier mit der kleinen Pfeiltaste das Ganze auf und zu blenden und habt hier alle Animationsmöglichkeiten. In unserem Fall sage ich jetzt aber, wir beändern hier eh nur die Position, deswegen reicht P. Das erste ist, ihr drückt auf diese kleine Stoppuhr, damit könnt ihr jetzt oder habt ihr den Keyframe gesetzt. Damit es eine Endlosschleife wird, solltet ihr jetzt diesen Keyframe hier vorne anklicken, euren Cursor ganz nach hinten ziehen und wieder V drücken, damit ihr jetzt im Prinzip denselben Keyframe hinten und vorne habt. Geht jetzt auf 30 oder sagen wir mal auf 20, jetzt bewege ich die Augen einfach mal ein Stück nach links, dann gehe ich rüber auf 40, bewege die Augen ein Stück weit nach rechts und jetzt müsste im Prinzip, wenn ich alles richtig gemacht habe und Leertaste drücke, bewegen sich die Augen unseres Geistes von links nach rechts und er guckt so ein bisschen skeptisch durch die Luft. Das nächste, was wir machen, wir gehen jetzt hier rein, wieder in unsere eigentliche, das hier sollten wir eventuell später umbenennen, in unsere eigene Fläche und wenn ich hier jetzt Play drücke, seht ihr auch wieder, okay, es funktioniert, das Ganze läuft wunderbar und jetzt werden wir damit noch ein bisschen mehr machen und zwar wollen wir unseren Geist hier noch hoch und runter bewegen. Hierzu markiere ich beide Objekte, also einmal den Schatten und einmal den Geist und sage, bei beiden soll die Position erst mal markiert sein, wobei erst mal brauchen wir nur den Geist, was heißt, ich klicke nur den Geist an und mache dasselbe Spiel wie gerade eben, was heißt, ich markiere meinen Keyframe, füge denselben Keyframe hinten wieder ein und hier auf der Hälfte sage ich einfach, der Geist soll so ein bisschen hochschweben und wenn ich das Ganze jetzt abspiele, dann seht ihr, das Ganze sieht schon mehr nach einer Animation aus und hier unten bei unserem Schatten drücke ich jetzt S, um die Skalierung aufzurufen, sage hier Keyframe, sage ganz am Ende soll derselbe Keyframe sich wiederholen und in der Mitte, weil wenn ein Objekt weiter oben ist, ist der Schatten kleiner, das kennt man schon aus Disney-Filmen von früher, wird der Schatten einfach so ein Stück kleiner und wenn ich das Ganze jetzt animiere, dann sieht das Ganze schon deutlich mehr wie so eine Endless-Loop aus, die ganz unterhaltsam durch die Gegend schwebt. Jetzt können wir uns das Ganze natürlich noch ein bisschen schöner machen, indem wir unsere ganzen Keyframes hier markieren, rechte Maustaste auf einen Keyframe klicken, sagen Keyframe, sagen Ease oder Easy Ease und damit haben wir jetzt noch so ein bisschen Beschleunigung mit drin, das sieht man jetzt nicht so stark, aber es macht einen Unterschied, das sieht einfach ein bisschen netter, ein bisschen natürlicher aus. Das Ganze speichern wir jetzt ab, gehen hier auch rein, markieren hier ebenfalls unsere gesamten Keyframes, sagen hier auch Easy Ease, damit verändern sich die Keyframes und wenn ich das jetzt abspiele, seht ihr jetzt hier auch, dass die Augen nicht mehr so ganz linear verlaufen, sondern wir haben hier halt jetzt wirklich einen Verlauf drin, wenn ich das Ganze jetzt abspiele und hoch und runter animieren lasse, dann haben wir jetzt eine wunderbare kleine Mini-Animation, die in einer Endlosen-Loop geschaltet ist, was heißt, man würde später, wenn das als SVG-Grafik auf eurer Webseite ist, nicht merken, dass es eine SVG-Grafik ist, sondern ihr könntet die einfach überall einbinden. Und das kommt nächste Woche, also bis dann. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt und eine Videobeschreibung, findet ihr auch einen Link zu Discord wie immer oder zu Facebook, Twitter, Instagram, wenn ihr aktuell bleiben möchtet. Wenn ihr diese Channel etwas unterstützen wollt, findet ihr dort auch einen Link zu Amazon Affiliate, wo ihr einfach irgendwas kaufen könnt. Ich würde mich freuen und ihr stützt den Channel damit. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.